Gott der Vater, liebt mich so, wie ich euch liebe. Mittwoch, 10. September 2014, 3 Uhr. Meine liebste Tochter, mach es bekannt, jedes Mal, wenn ein Mensch gegen mich sündigt, werde ich ihm vergeben. Die Sünde mag ihn von mir trennen, aber dennoch liebe ich den Sünder. Mach es bekannt, ich liebe jene, die für mich blind sind. Ich möchte, dass alle, die vielleicht das Gefühl haben, dass ich nicht existiere, jetzt zuhören. Ich bin euch zum Greifen nahe, bitte ruft mich an. Ich will euch, ich liebe euch, ich brauche euch, denn ihr seid Teil von meinem Fleische. Und, da ihr Teil von meinem Fleische seid, fühle ich mich verloren, wenn ihr mir nicht antwortet. Die Eltern, die einem Kind das Leben geben, warte ich auf eure Antwort. Ein Baby antwortet naturgemäß den Eltern. Die Eltern lieben naturgemäß ihr Kind, denn dieses ist Teil des Geschenks, das ich der Menschheit verleihe. Ich bin euer Vater, ich bin euer Schöpfer, ich bin, der ich bin. Wisst ihr nicht, dass ich euch alle mit einer Sehnsucht liebe, die nur diejenigen von euch kennen, die Eltern geworden sind? Ich weine Tränen großen Kummers, wenn ihr nicht wisst, wer ich bin. Mein Herz ist schwer, wo ich jetzt nach euch rufe. Liebt mich so, wie ich euch liebe. Euer ewiger Vater, Gott der Allerhöchste. Ich weine Tränen. Ich weine Tränen. Vielen Dank.